Also jetzt habe ich es endlich mal geschafft, mich hinzusetzen und meine Lieblingsentspannungshypnose auf Englisch zu übersetzen. Bei dem, was jetzt kommt, nutzt du einfach die Kraft deines Geistes und deines Unterbewusstseins, um dein Ziel effektiver erreichen zu können. Leg dich erstmal ganz bequem hin und fixier dann einen Punkt an der Decke. Wenn du die Augen jetzt schon lieber schließen magst, dann schau zwischen deine Augen auf dein drittes Auge. Und während du ganz leicht diesen Punkt fixierst, richtest du deine Aufmerksamkeit jetzt auf deine Atmung. Spür das sanfte Heben und Senken deiner Brust. Du atmest tief ein, die Brust hebt sich und wieder ausatmen, die Brust senkt sich. Und mit jedem Atemzug spürst du, wie du dich jedes Mal ein bisschen mehr entspannst. Und alle Gedanken, die dir jetzt noch in den Sinn kommen, alle Geräusche, die du vielleicht hörst, alle Empfindungen, die noch in dein Bewusstsein dringen, stören dich jetzt nicht mehr im Geringsten, sondern helfen dir nur noch tiefer in die Entspannung zu kommen. Und während du immer deutlicher spürst, wie du tiefer runtergehst in die Entspannung, fühlst du spätestens jetzt, wie deine Augenlider immer schwerer werden. So schwer, dass du sie kaum mehr offen halten kannst. Und dann kannst du deine Augen einfach zufallen lassen. Und du genießt das schöne Gefühl der Entspannung, das allein schon das Ruhen der Lieder auf deinen Augen in dir auslöst. Und du gibst dir jetzt selbst die Erlaubnis, einmal komplett loszulassen. Nur noch den Moment zu spüren. Diesen ganz besonderen Moment nur für dich alleine. Indem du dich um nichts und niemand anderen mehr kümmerst. Einfach nur darum, dein Leben so zu gestalten, wie du das willst. Und während du dich immer mehr entspannst, spürst du, wie deine Atmung jetzt ganz natürlich und ganz leicht geworden ist. Und wie du dich immer wohler und immer freier fühlst. Mit jedem neuen Atemzug. Und du fühlst dich einfach wohl, während du immer tiefer und tiefer runter sinkst in die Entspannung. Richte deine Aufmerksamkeit jetzt auf deine Füße und spür den leichten Sog, mit dem die Schwerkraft deine Füße ganz sanft nach unten zieht. Und deine Füße entspannen sich. Während dieses schöne, entspannte Gefühl immer stärker wird. Und jetzt nach oben fließt, in deine Beine und in die Oberschenkel. fühlst du dich einfach nur immer entspannter. und du spürst die Entspannung jetzt weiter aufsteigen in deine Hüften und ins Becken und von dort aus in deinen unteren Rücken und in den Bauchraum. Spür, wie sie deine inneren Organe lockert und entspannt und wärmt. Und wie die Entspannung dann nach oben steigt, in deine Brust und in deinen oberen Rücken. Und weiter in deine Schultern. Und von den Schultern fließt jetzt nach unten in deine Arme und in deine Hände. Und lass jetzt jede noch so kleine Entspannung einfach über deine Arme und Hände aus deinen Fingerspitzen raus und von dir weg fließen. Und du spürst das warme Gefühl der Entspannung jetzt in deinen Hals und in deinen Nacken fließen. Und es löst und lockert alles und streicht ganz sanft jegliche Anspannung aus deiner Hände. Nacken raus. Und dieses schöne Gefühl steigt weiter nach oben über deinen Hinterkopf und bis hinauf zum Scheitel. Und von dort aus spürst du, wie plötzlich eine warme Welle der Entspannung runterfließt über dein ganzes Gesicht. Und wie die Welle alle Anspannung aus deinem Gesicht mit sich davon spürt. Und wie sie dabei all die feinen Muskeln in deinem Gesicht ganz glatt macht und löst. Und du spürst jetzt das sanfte Ziehen der Schwerkraft an deinem Kiefer. Spür, wie die Schwerkraft ihn löst und lockert und nach unten zieht. Und die Muskeln in deinem Kiefer gehen jetzt nach. Und stell dir vor, die Sonne kommt raus und du spürst die warmen Strahlen der Sonne auf deinem Gesicht. Und sie wärmt und löst jetzt alle Muskeln, die noch angespannt sind, bis hinein in die tiefsten, untersten Schichten. Deine Gesichtsmuskeln, deine Kiefermuskeln, die Muskeln in deiner Zunge zerfließen jetzt allmählich und immer mehr wie Wachs in der Wärme der Sonne. Und du spürst jetzt, wie dein ganzer Körper tiefer und immer tiefer nach unten sinkt und loslässt. Wie jeden letzten Rest von Anspannung ganz natürlich und mühelos. Widerstände fließen durch, an dir vorbei, ins Leere. Und mit jedem Atemzug, den du nimmst, fühlst du dich immer entspannter. Und du genießt dieses Gefühl, während du tiefer und immer tiefer nach unten gehst. Gedanken können kommen und gehen und an dir vorbei ziehen. Und wenn dein Geist abwandert, dann richtest du deine Aufmerksamkeit einfach wieder auf den Klang meiner Stimme. Und meine Stimme trägt dich ganz sanft wieder zurück, immer tiefer nach unten in diesen wunderschönen Zustand von innerem Frieden und tiefer Entspannung. Und du vertraust jetzt darauf, dass dein Körper und dein Geist meine Worte auf eine Weise verarbeiten, die deinem höchsten Wohl dient. Ob du dich dabei in diesem Moment leicht oder sehr tief entspannst, ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass du anfängst, loszulassen. Und du wirst jetzt in der Lage sein, jeden unnötigen Stress aus dir rauszulassen, aus deinem System auszugliedern. Stell dir jetzt vor, du stehst auf der obersten Stufe einer Treppe, die 20 Stufen nach unten führt. Du fühlst dich wohl und sicher auf dieser Treppe und das Gefühl der Entspannung wird immer stärker und stärker. Und wenn du gleich die Treppe nach unten gehst, wirst du mit jeder Stufe spüren, wie sich deine Entspannung nur noch verdoppelt. Wie die Treppe dich tiefer und tiefer nach unten führt in die Entspannung mit jedem Schritt. Weiter nach unten in einen schläfrigen, traumähnlichen Zustand von innerem Frieden und vollkommener Entspannung. Neunzehn Achtzehn Siebzehn Sechzehn Sechzehn Fünfzehn Vierzehn 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 Dreizehn Zwölf Zwölf Elf Elf Zehn Neun Acht Zwei Sechzehn 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 Fünf Laune Sechzehn Zwei, eins, null. So tief nach unten jetzt, so tief in der Trance. Im Zustand tiefster Entspannung. Hör jetzt gut zu. Hör genau auf das, was ich dir sage. Manchmal mag es dir so scheinen, als ob du machtlos bist gegen den inneren Stress und die Anspannung, die du empfindest. Aber beim Umgang mit Stress geht es allein darum, Verantwortung zu übernehmen. Die Verantwortung für dich selbst. Verantwortung für deine Gedanken. Verantwortung für deine Gefühle, deine Empfindungen, für deine Umgebung, für dein Zeitmanagement. Und für die Art und Weise, wie du mit Problemen umgehst. Dein ultimatives Ziel ist ein ausgeglichenes Leben. Ein Leben in der Balance, im Gleichgewicht. Mit Zeit für Arbeit. Zeit für Freundschaften und Beziehungen. Zeit für Entspannung. Und Zeit für Spaß. Und während du weiter immer tiefer in die Entspannung gehst, übergibst du jetzt die Kontrolle an dein Unterbewusstsein. Lass dein Unterbewusstsein, alle Arbeit für dich erledigen. Dein Bewusstsein kann dabei kommen und gehen, wie es will. Ganz ohne Widerstände. Ganz nebenbei. Und du gibst jetzt deinem Unterbewusstsein die Erlaubnis, zu heilen, zu lösen, zu verändern. Da, wo du Heilung, Lösung, Veränderung brauchst. Ganz natürlich und wie selbstverständlich. Und auf eine Weise, die deinem höchsten Wohl dient. Dein Unterbewusstsein lokalisiert jetzt jede einzelne deiner Stressquellen in deinem Leben. Und gliedert jetzt nach und nach alles Negative aus dir aus. All die negativen Selbstbotschaften, deine alten Gewohnheiten, alte Ausreden. Und du entsorgst jetzt Schritt für Schritt alles, was du nicht mehr brauchst. Entledigst dich deine alten Muster. Und all der ausgedehnten Verhaltensweisen, die du heute nicht mehr brauchst. Und du ersetzt jetzt diese alten Gedanken, Muster, Einstellungen und Überzeugungen. Durch positive, gesunde, neue Verhaltensweisen und Perspektiven. Alle alten Erinnerungen, die in deinen Zellen gespeichert sind und die dich bis heute in deiner Entfaltung hemmen. Die verhindert haben, dass du dein wahres Ziel verfolgst. Die negativen Emotionen in deinen zellulären Erinnerungen werden jetzt transformiert. Körper, Geist und Seele gereinigt. Dein Geist kann dich jetzt mühelos ausrichten auf deine Intuition von einem erfüllten Leben. Und du erträumst dich selbst in der Erfüllung deines wahren Lebensziels. Du spürst die Kraft, die in dir ist. Die Liebe in deinem Herzen. Die intensive Freude. Die Erfüllung, die ein Leben in Frieden bringt. Ein Leben mit Sinn. Ein Leben, in dem du anderen mit deinen einzigartigen Eigenschaften und Fähigkeiten helfen kannst. Und dabei gleichzeitig dich selbst verwirklichst. Und während du diesen wundervollen Traum träumst, erscheint er immer klarer vor deinen Augen. Du spürst den kraftvollen Glauben an dich selbst und an deine Fähigkeiten. Und das unerschütterliche Vertrauen darin, dass das Universum dich auf deinem Weg unterstützt. Und du bist offen, offen zu empfangen, was dir gegeben wird. Glück, Liebe und Unterstützung auf jedem Schritt deines Weges. Und du gehst tiefer und immer tiefer nach unten in die Entspannung mit jedem Atemzug, den du nimmst. Du wirst jetzt und in Zukunft auf einer unterbewussten Ebene einige Veränderungen vornehmen, die deinem höchsten Wohl dienen. Und du wirst feststellen, dass du ganz mühelos und ganz natürlich beginnst, jeden unnötigen Stress zu vermeiden. Du wirst anfangen, Menschen und Umstände zu vermeiden, die Stress in dir auslösen. Du wirst die Gestaltung deiner Umgebung in die eigenen Hände nehmen und dich mit positiven Einflüssen umgeben. Deine Situation positiv verändern. Gefühle frei zum Ausdruck bringen, anstatt sie zu hemmen und aufzustauen. Auf gesunde und effektive Weise mit deinen Mitmenschen kommunizieren. Und du wirst dich besser durchsetzen können, aber auch flexibel und kompromissbereit sein. Und da du dir von nun an deine Zeit und deine Ressourcen besser einteilen kannst, fühlst du dich viel ruhiger und viel zentrierter. Du kannst ab sofort besser mit Situationen und Menschen umgehen, die früher Stress in dir ausgelöst haben. Es fällt dir leicht, Probleme anders zu betrachten, das Positive an jeder Situation zu erkennen. Und du behältst in jeder Situation den Überblick. Siehst stets das große Ganze. Du stellst realistische und gesunde Erwartungen an dich selbst und an deine Arbeit. Konzentrierst dich auf das Positive und fühlst dich optimistischer. Und es wird dir immer leichter fallen, die Dinge zu akzeptieren, die du nicht verändern kannst. Anstatt zu versuchen, Dinge in deinem Leben zu verändern, auf die du keinen Einfluss hast, konzentrierst du dich auf die Dinge, die du beeinflussen kannst. Du kannst beeinflussen, wie du auf Probleme reagierst. Du kannst beeinflussen, wie du denkst und fühlst. Du kannst dich dazu entscheiden, erst einmal tief einzuatmen, zur Ruhe zu kommen, dir klar zu werden und dich zu zentrieren. Und du wirst an allem und jedem zuerst die guten Seiten suchen, deine Gefühle mit anderen frei teilen, vergeben und loslassen. Und jeden Tag nimmst du dir etwas Zeit für Entspannung und für Spaß. Mach einen Spaziergang. Geh raus in die Natur. Sprich mit guten Freunden. Mach Sport täglich. Nimm ein schönes, heißes Bad. Und leiste dir eine Massage. Lies ein gutes Buch. Hör Musik, die gute Gefühle in dir auslöst. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Und du fühlst dich immer kräftiger und immer gesünder, während du deinen Lebenswandel änderst, Geist und Körper ausgleichst, indem du Stress vermeidest, regelmäßig Sport treibst, gesünder isst, Zucker reduzierst, auf Alkohol und Zigaretten gerne verzichtest und ausreichend schläfst. Und du wirst die positive Veränderung spüren bis in die tiefsten, untersten Schichten deines Seins. Du wirst genau spüren, wie du dich veränderst. Und du weißt, dass das der erste Schritt ist und in eine neue, selbstbestimmte, freiere Zukunft. Ich werde dich gleich wieder hochzählen aus der Trance von 0 bis 5. Wenn du jetzt lieber einschlafen möchtest, dann kannst du das folgende einfach überhören und weggleiten in einen tiefen und erholsamen Schlaf. Schlaf gut und träum was Schönes. Wenn du jetzt wieder wach werden willst, wirst du mit jeder Zahl, die du hörst, immer weiter Richtung Wachzustand treiben, bis du bei 5 aus der Trance aufwachst. Und auf 5 wirst du erfrischt und voller Energie aufwachen, dich inspiriert und motiviert fühlen und du bist klar und konzentriert. Null Du fühlst dich gut. Eins Tauchst langsam wieder auf. Zwei Du fühlst dich immer besser. Drei Wirst dir deiner Umgebung langsam wieder bewusst. Vier Fühlst die Energie zurückfließen in deinen Körper. Und Fünf Mach die Augen auf und du fühlst dich erfrischt und erholt. Inspiriert und motiviert. Ruhig und zuversichtlich. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ruhig 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020